no not good not good musst du dir angucken ist ein guter film ist ein guter film klappt klappt es mir klappt oder paga sie in der pegasi sieht aus wie ein lamborg oder gott die ne der cheater cheater sauner für frische sache oder so aufges leute muss kevin Bereit. Chill mal. Ich bin verlieren. Hallo, ich war noch nicht mehr am Best... Ach, f*** euch. Es geht einfach weiter, ohne dass ich bestätigt habe. Egal. Was hast du für eine Karre, Kevin? Sieht aus wie ein Enzo. Für Arme. Zumindest von vorne. Ich hoffe mal, das Ding geht gut nach vorne. Sonst habe ich verloren. Ah, ich habe verloren. Das Ding beschleunigt keinen Meter. Okay. What the f***? Alter! F*** dich, Pian. Mein Sticker ist aber recht hängen geblieben. Kevin, du sollst mir da nicht rammen. Nein! Nein! Oh, ist Kevin. Los, Marcel. Halt Kevin auf. Ja, Kevin grabt dich auf, wenn es sein muss. Ramin, für mich weg. Ich habe dich eben vorbeigelassen. Ich habe dich vorbeigelassen. Dominik, gefallen, Marcel. Für Kollegen. Fuck, ey, das ist ausgeglichen. Was für ein Dreck, ey. Ich bin aber auch nicht weit hinter euch, ihr Affen. Vielleicht habe ich euch. Jawohl! Scheiße! Jackpot, Marcel hat gefehlt. Ich auch. Okay. er die aber vor allem in dem Wohnwagen rein und von ihm und manche wenn ich jetzt ich kann es eigentlich nur noch gewöhnt verlieren wenn ich richtig scheiße bau oder wenn du so nicht ich glaube auch dass keine scheiße alter wieso heute auf einmal hinter mir so richtig krank auf verdammt scheiße da kann man mal sehen oh man so schlecht ich will eine Revanche ich will auch eine Revanche ja das ist for you man hallo mach doch mal einen Stinkefinger alter hallo das Typ na ab hier gefällst dir thank you richtig demotiviert hey wollen wir mal topf nein das behindert was nein das haben wir das ist scheiße lass mal danach was anderes machen oder ja ja noch einmal so rennen so und ja lasst mal alle extra dieselben Wagen nehmen oder dann hätten wir zumindest mal Chancengleichheit naja auch nicht wirklich weil bei nicht jedem ist die Internet Connection gleich nein doch nicht nein doch nicht ok 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 wie Katze bin auch bereit bereit zum spiel zum spiel warum ist der rot ich hab so sind gelb man warum bin ich jetzt letzte 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 star boah scheiße geht die kacke langsam nach vorne wo wäre sie vorbei ich will mal nach rechts was schon hat so teamplayer davon ich will mich nur nicht mit ihm betteln wieso schlecht ist ja beim rennsport ist nicht so wenn ich vorbeifahr ich vorbei wenn du vorbeifahrst ist vorbei das richtige kampf weißt du nicht mehr sorry 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 nein nein wer kämpft bist du gehst du bist ein arschloch geil man hat ja wir gegen einen zaumpfalen Prozent die Klinik durch das haben wir halt das macht wenn man nicht als stück e da hat mich über die Ahrt hier sind naja war mein Städter ist er mit der mit der dritte Auge haben sich selbst man kann man hat oder es kaputt ein kontakt ist kaputt wirst du denn der gesicht ist im arsch der wichtigste ja du hast doch eine chance nein ich habe gerade überschlagen und herrungen hängen jetzt fest doch so gut ja ich gewinne eigentlich auch nur weil ich marcel irgendwie von hinten gerammt ja eigentlich voll unfair so wenn man eigentlich müsste ich dafür eine strafe kriegen oder ja ja wo bleibst weckte ich weg weg dich du sieben du sieben Nein. Doch. Das sind die Spielregeln, mein Freund. Ja, was machen wir, Peter? Gute Frage. Freier Modus? Warum? Alter, was ist denn das denn? Wer hat aktuelle Dinge? Mal, guck mal. Sorry. Dann sag doch was. Sag doch was, du. Nein, ernsthaft. Oh, Junge. Ey, wenn ich was sagen soll, dann wäre ich wieder rausgegangen. Also. Hä? Ziehe alle Strafregister und rase ein paar schnelle Runden um die Bowlingbrook Strafanstalt. Hä? Ob Motorrad oder Auto. Ist egal, Hauptsache schnell. Oh, ne, oder? SUVs. Oh, nein. Geh weg mit Motorrädern. Geh mal weg mit Motorrädern, Mann. Nein. Kann man wenigstens Pistole benutzen. Doch, hier GTA. Renntyp GTA. Ja. Was heißt es, wir können uns abknallen? Mhm. Sehr geil. So, Leute. Würde ich schon sagen, fangen wir mal an, oder? Hier. Fick you. Oh, nein. Akuma, was ist das für eine Scheiße. Akuma, Hakuna Matata. Ist das Wüstengebiet so? Ja. Ist das Wüstengebiet so? Ja. So. Sehr schön. Los, 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 los. Ja, los. Wache los, jetzt. Ja, ich drücke ja schon seit drei Jahren. Aber da war selber aber nix. So, was ist jetzt die Hauptaufgabe hier? Ich hab keine Ahnung. Runden fahren. GTA rennen kannst du. Ja, na, na, na. Sehr schön. Ich bin ganz hinten. Won. Go. Äh, wieso kann ich nicht schießen? Das kommt noch. Ist sowas wie Mario Kart für Arme. Ja. So, Kollege. Verdammt. Alter! Was für'n Wex, auch ne Scheiße. Gibt euch da hinten einen Bitch, wenn du das. Kevin. Ich verstecke grad nicht, wie das funktioniert. Du musst L3 drücken, um die Waffen abzufallen. Warum sagt mir das keiner? Fuck. Das macht irgendwie Spaß, aber. Ja, weil die Scheiße ist halt manchmal. Und Ziel. Gewonnen. Boah, das ist knapp. Scheiße. Wollen wir nochmal? Das ist geil, jetzt hab ich das Spielsystem hier nixens verstanden. Level 12. Lol. Mann, der ist ein Snack, Mann. Was ist los? Alter, was? What the fuck? Da kam nicht mal was raus aus der Verpackung. Egal. Nee, gefällt mir scheiße. Ach, verdammt. Sehr gut wieder. Du hast auch gefällt mir nicht gemacht. Weil's mir auch nicht gefällt. Warum nicht? Ach, Spaß. Ich drück das einfach so aus Protest. Ah, ja. Weil du verloren hast, gell? Ja. Ja. Kannst du mal aufhören? So rauschen. Entschuldigung. Machen wir mal fünf Runden an. Motor da. Ja. 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 Magst du Döner? Nein, heute nicht. Morgen? Eventuell. Übermorgen? Ja, dann übermorgen gehen wir Fitness. Aha. Das war ein Test. Ist Döner schon unquill? Nein. Nein, Kevin. Das war gerade von dir, gell? Du hast mich nicht nachregelt. Sorry. So. Können wir ja? Ja, wir können wir. Komma, sehr gut. Sehr schön. Boah, das Motor hat sich gell. Kriminell schnell. Stopp mal, wenn diese Raketen fährst, kannst du die abknallen, die Leute. Boah, ich hab falsche Motor genommen. Jackpot. Ja, mit L3. Ja, ich hab's gecheckt. Drei, zwei, ah, kann man auch nach hinten schießen? Ja, du musst recht dick gedrückt halten und dann linken gedrückt und schieben so. Scheiße! Tort! Verdammt von Kevin Töten! Nein! Was soll? Tut mir leid. Was soll? Ich, ich kriege die kleinen Abkennung. Was soll, was soll, ist okay? Was soll, ist es okay? Ja, das hat doch keine Absatz. Ich will eigentlich so Kevin abknallen, aber der Bastard. Nein! Kevin? Irgendwie sind meine Reifen blatt gewesen. Ja, ich hab Jeff geknallt. Ich hab's. Ich hab's. Jungen, ich hab ein platten gegen dir! Man ich hab ein platten gegen dir! Ich hab einen platten gegen dir! Man kann hier Kevin noch haben! Ist doch geil! Hat ein platten gegen dir! Das ist meine Schuld jetzt! Ja? Ja, und? Alter! Ey! Boah, ist das nichts weg! Amon, 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 das ist einfach vorbei, ich, ich, ich kill Kevin. Oh, Mann, das ist ein Typ. Ich kill mich, ich kill dich, wenn du zum Beikampfstest mir jetzt egal. Wo stehst du? Du wichst als du, wenn man reiftet sich aus. Du wichst halt. Du wichst halt, ja. Du stirbst du, du missgeburt, Mann. mal Uhr an der Platten ja ein denn dann würde ich ein Gehreiniger Prozent der Verhältnisse der Mio-Telten das war das Schöpfe die Fresse geschossen Nein! Oh, dankeschön! Okay, du bist ein Arsch. Warte mal, Serge, du bist ja allein so locker und wir töten uns hier. Ach, ich hab wieder keinen Klappen, oder was? Ich auch nicht. Oh nein, Zielset hat schon gewonnen. Okay. Ist doch klar, man hat schon erwischt, wir haben einen Vorsprung vor uns. Wir beenden das Rennen nämlich mal, Mann. Ob ich wenigstens voll dir voll dir sein. Jawohl. Ich hab dich, ich hab dich geballert. Ich hab dich geballert. Was, Capital ausradiert, ja... Ich hab Kevin ausradiert. Keine Ahnung. Einwichen Uncle Strange. capezin besoin ja nicht nur so langweilig wollen können und nicht um einen Winkern und der muss ich bin selber scheiße lässt man noch mal machen oder das war geil er wollte bei einem Jahr mann sogar auch das war noch mal haben wir nicht wenn du nicht willst du musst nicht sie ist es ein Pimmel nein doch warum gewinnt der einfach so ein weil du mir nur Platten für sein, weswegen du nicht gewinnen durftest ich mach doch enthalten das geht so alt F4 ist Cheat, gell? 100% schneller ja 3, 4, 1, 2, ja warum nein, dann stirbst du oder so warum warum verreckt man dann ja, weil es die Bremse ist you failed so Cheatcode erhalten von Marcel am Anfang L2, L2 viergekreis, dreieck irgendwas L2, L2 ne? geil probier mal aus Pierre nein warum nicht da wo oh Gott ist der Scheiße oh Gott ist der Scheiße Mcmuffin nein Mcpenis so, ich bin ready unsere Aufnahme geht es um 50 Minuten ist das schlecht ja, es ist sehr gut Pierre, du wirst sterben nein ich hab ohne Waffen gemacht, du Arsch doch ich hab keinen Bock, dass du mit einem anderen Platten schießt das macht aber Spaß weil du hinter mir bist hinter mir bist am Rennen ja 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 ja